Das war nicht ganz, aber ich quetsche mich da auch schon ein. Außerdem so ein bisschen Blasen an den Füßen, das ist ja nichts. Und bei Starbucks vielleicht noch einen Kaffee trinken, aber ich finde ja das völlig überteuert. Aber wo soll man denn sonst einen guten Kaffee trinken gehen? Arbeitest du gerade an etwas? Nun ja, ich wäre zu sagen, es ist ja so, dass, obwohl ich etwas anderes darüber gelesen habe, oder habe ich das nur geträumt. Du weißt ja, wie das ist. Arbeitest du gerade an etwas? Naja, weißt du, um auf den Punkt zu kommen, man könnte sagen, ich meine, was bedeutet Arbeiten überhaupt? Verstehst du? Sollte die Arbeit an einem Buch nicht in erster Linie Spaß machen? Ich räume ja ein, dass dies natürlich so lange der Fall ist, bis man mit seinen Werken Geld verdient. Viel Geld, um genau zu sein. Dann? Ja, dann kann man von Arbeit sprechen. Vorher nicht.